ARD Text im Auftrag von Funk Ich versuche echt die Pistole jetzt zu machen, das geht einfach nicht Wo brauchst du die eigentlich? Metal Ah ok Ah, die mit Semi-Auto-Bistole-Metal Ah, da war einer, okay Ich hab auch noch den für Medic-Rifles gerade Das ist Horse 13 Servicestars mit dem Horse mit Level 96 Ohhhh Ja, das ist bestimmt ein guter Typ Kein Kontrolle an Oh lol, hier Alle waren tot auf der Flagge Ja, der hat mich auch gekriegt Ich dachte, du bist auch gestorben Ja, ich war tot Ich drehe mich überall, da sehe ich nur noch Totenköpfe überall Und unsere Landschaft mit Angriff Ich gehört schon mal so halber nach So, vor unserem Pferd Ich hab ihn mit der Tank-Shell Äh nicht mit der Tank-Shell Ich hab ihn mit dem Mit dem, ähm Wie heißt die nochmal? Canister-Shell Gehatshottet Und ich wurde one-hitted Was ist das, ey, mit diesem neuen Sniper? Was ein scheiß langer Name Wo ist sie? Äh, rechts von dir dann Oder er ist dort, ist dort Ah, okay Ja, die macht vor allem ein extrem komisches Geräusch Muss ich sagen Es hört sich einmal als würde mein, ähm So ne, so ne leere Blechtonne irgendwo draufhauen Na, kann ich nicht beurteilen So, wo sind sie denn? In dem Baum da links habe ich Enemies 64, äh 46 Ich hab... 4,6 Kann nicht mehr reden Dieser Squads vorne Hm Von hinten Von hinten Von hinten Von hinten Ich hab jetzt 3 Leute angehittet Du hat Wipe Weil hier ist immer noch einer Ja War der tot, ne? Ah, einer war da noch Nö, ne Ah ja, der ist Ja, so der war gerade in, in den Fallen Das war ganz klar Wieso schießt du mir die Pistole auf den? Als ob Ach Fuck Wieso schießen... Ich lese gewähre? Ach... Ehm... so an dieser komischen kante und halb der fiendgang kommt landship das dürfte ja ich hab die punkte noch bekommen mein landship diese app ich hab 20 damage gemacht da werden es mal wieder abstaubtechniken gemacht wäre auch sehr wahrscheinlich so viele leute der typ müsste in sex call was ich irgendwie sieht es doch nicht so schlecht ist mit diesen umrandungen was ja also ich bin eh ich bin eh fan von sowas aber sieht irgendwie komisch aus wenn du hinter dunklen objekten wie kills machst die beiden kills hast in öppiges stil warum was angeht ja beide zweimal oder zu diesen ein zweimal ich hab den wo einmal tja tja sucks to be mhm ich fühl for myself du müsstest das ja mittlerweile gewohnt sein dass mal so ein paar kills einfach abhanden kommen finde ich ein paar did you mean 50% so viel sind es dann auch nicht so viel sind es dann auch nicht von 61 aber ich glaube irgendwie nicht dass das 60 weniger sind als 50 ich höre wie wir die fenster fallen direkt mich die ganze Zeit schrackt boah der mich weggeschrackt mit dem Ding ja einfach mal richtig übel boah ich schieße auch ein teammate erschießen der auf sich Dauerfeuer macht ich kann mal teammate einfach ab die Hülse enemy hit 4 mit meiner impact mmmm so juicy so oh mein Gott oh mein Gott der hat mich erst ja die Leute die Leute Teamnüchel der ist da echt das rundrum gerannt der ist vor durch die Öffnung gelaufen der ist nicht um von hinten lang nee das komplette hat hat den Folgen benutzt gerade Ich mach dich schneller gedrückt, dann wäre ich nicht in 2-Head-Range gewesen, ich krieg den Lucky Headshot des Todes einfach nur. Fuck, das war zu viel. Wer das farmen will? Oh Gott, der hat mich haben müssen. Der hat mich. Alles, kein Problem. Ist das Killsteal weh? Wo? Wo? Wintertell, der nervt mich! Oh mein Gott, ich bin voll in die Attackblanker-Range gelaufen, das gibt's doch nicht. Der Typ! Mein Life wollte nicht funktionieren. Oh Mann! Wieso werde ich einen Gegnern-Craft? Oh ne, es sind keine Gegnern-Team mehr. Mein Gott, einfach nicht. Das war übelstens viel tatuell, was ich mit dem gemacht habe. Einfach nur... Gott, war ja peinlich. Keinem Zeugen, echt. Da, ein Sperr! Munition, bin leer! Hat jemand Munition? Ja! Ja! Ich brauche Munition, behalte uns! Dieses neue Ding sieht einfach so behindert aus. Ja! Es ist einfach... Schamant... Es ist einfach wie, als ob zwei Schamants ein behindertes Baby hätten. Ja! Ein Schamant und ein Attitude-Baby. Die Missgeburt einfach. Da schießt ein... Auto. Von F her. Da sitzt hinten an dem MG von dem Auto und schießt hier her. Das sind einfach die Balls. Oder die... Kein Gehirner. Der hat den Memo vom Feindman nicht bekommen, aber da kommt einer, der das Memo bekommen hat. Ungenuss, Bruder. Diese Wege ist so bescheuert, ey. Der Heavy Bomber. Die ist auch absolut krank. Oh mein Gott. 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 Hello, it's me, da Chavitan. Der fliegt auf mich an! Ich bin nach C gelaufen! Wer nach D. What the fuck? Das sind so viele Leute überall. Da gehst du auf mich. No, 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 no. Da. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Typ hat mich von S mit der Slug Shotgun gefühlt. What? Er steht auf den Schienen! Ich bin so fucking done. Ich werd geraffed. Alles. Also einfach alles Götter, Frederik. Alles. Wie kann man... Wie? Random Heavy Tank! 1 HP hat er noch gehabt, er. Hello, it's me, the Heavy Tank. The Random Heavy Tank. Please. No, guck. At least. The main cop. If I left his task. Hey boy. They had to heat chasing through the網 every day, Did he have aALK that are just not good? Oh. Unser Spotmatch braucht die 100 Punkte für das Pferd. Müssen wir die Armut zerschießen. Am wenig sind es robbt da welche. Ich bin so jola, dass ich mit der Arm hole. Aufteilen. Wen holt da von uns? Mich. Ne, er hat Punkte maximiert finde ich. Er hätte ich extrem long geschossen. Das kommt mit hat verstanden. Er geht jetzt erstmal an Börser. So. Ich Mörser jetzt hier. Ist der mit dem Counter Strike Peak ist einfach nur am Start. Wirklich. Erstmal ganz schnell crouchen hintereinander und immer wieder über die Kante gucken. Zack, 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 zack. Unmöglich zölken so was. Oh. 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 Nice. Was ist das? Wie kann man denn so dumm sein? Wirklich. Du kommst doch nicht in so ein Haus. Oh. Guck mal. Hier ist doch schon einer von meinem Team. Komischer Augen ist der denn nicht blauen Rand hin. Na egal. Komischer Mensch. Hey. Thema Job всей반ice. Aristotle zumшmar. Was ist gerade los? Ah, da kommt der Typ dahinter. Diesmal sterben, Schaube. Ah, Zug hat mich. Sekunde. Da steht ein Tanker hinter diesen Loks hier und schießt auf den Flieger mit seiner Tanker-Pistole. Ich bin ja fast überrascht, dass die nicht irgendwelche dumme Missionenregel gemacht haben, wo du 80.000 Shotgun-Kills machen musst. Also mit der Sort-of. Naja, dann Yolo. Mensch, er begrafft's wahrscheinlich nicht. Gott, der Garner hat's gebrafft. Der Garner hat's gebrafft. Er hat uns vergessen! Drauf schießen! Ja! Nur manchmal. Ist nicht so schlimm. Hab's! Mernst? Ja. 40 damit, diesmal. Ah, ne. Nicht 40. Wie viel sind 5 mal 5? 25 genau. Keine Amo mehr. Das wär so easy. Ja, ist ja nichts Neues bei mir, oder? Ja, der nervt mich! Ach, mein Gott! Natürlich könnte noch einer! I avenged you! Wuuuuu probably Was machst du auf dem Dach? Ich wollte eigentlich unten rein, aber Ich hab GeF Und dann bist du oben gelandet Aha Ich weiß, das ist schwer zu verstehen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Das ist straight retarded einfach. Deswegen glaub ich's dir. Ich wollte eigentlich aus dem Fenster springen. Aber meiner hatte sich überlegt, er bleibt im Fenster hängen und schafft es dann nicht. So liegt die aus dem Fenster. Und ja. Das ist doch mal ne gute Pussy gehoben, also. Hab ich schon 5 Leute geholt. Den hab ich ganz vergessen. Den brauch ich mir um keine Sorgen zu machen. Hier ist noch... Oh mein Gott. Die Leute sind alle behindert. Alle. Einer tritt. Du bekommst ein Treffen. Im linken Raum. Zwei Leute von unserem Team. Im rechten Raum. Der Automaticum von den Gegnern. Warum? Warum? Wenn du dich bist. Ja, warum sind Teammates? Ich mag das hier oben. Fühlt man sich richtig wie ein Profi-Sniper. Ich meine, es ist ne erhöhte Position. Was will man mehr? Was ist das? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Was ist denn da? Ich hol dich. Kann ich da hoch? Ja. Soll ich lieg hier? Okay. Bei mir lieg ich draußen direkt neben dem Heavy-Tick der ist. Da ist ein Typ gespawnt. Achso oh Mann. Oh mein Gott. Ja, weil hier ein Sniper irgendwo rumrennt. Ja, der Heavy-Tick hat mich natürlich. Dieser Splash. Wo ist der Leck? Nice. Ich war ihm schon im Haus drin, aber wurde wieder raus teleportiert. In den Noob, der mich dann geholt hat. Vielleicht kommt mich immer. Ich werd gerafft. Ich werd gerafft. Dieses Spiel. Jetzt hab ich zwei Nades geworfen bei mir. Oh mein Gott, das Rubberbanding gerade. Alter, das ist Rubberbanding plus Headbobbing. Das ist ja... 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 Die wie, wie Cancer kein Spiel werden. Ich wurde gerafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wurde gerafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Team ist überkommt. Oh nein, bitte sag mir das nicht. Spring über die Mauer, verdammt nochmal. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Der verfolgt mich nun nicht. Der Heavy Tank hat die Verfolgung aufgenommen. Bullshit. Dieses Rubberbanding, what the fuck. Nein. Der kann mich gar nicht verfolgen mit dem Rubberbanding. Das kannst du mir nicht erzählen. Der Heavy Tank hat mich. Ich auch. Der hat uns in der gleichen Shield erledigt. Nein. Auch ne andere. Das waren glaube ich zwei Heavy Tanks mittlerweile. Naja. Aber das war der gleiche Typ. Das ist gleichzeitig gestorben. Hm. Magisch. Es ist so komisch. Magisch. Was machst du eigentlich so, dass du so unfassbar viele Punkte hast? Meinst du nicht die Kills? Die ich hab? Meinst du nicht die Kills? Die ich hab? Das erkennt sich im Werker komplett. Oh. Er hat mehr Punkte als ich. Und nur... Was ist doppelte an Kills? Das ist schon komisch. Der Zug immer noch nicht dauernd. Komm schon. Danke. Du hast bei mir einfach dreimal gehittet, aber hast keine Reden verloren. Ja. Es ist wie mit dem Mörser, ja. Der mich nicht angehittet. Aha. ATTACK BLUE! Oh, der hat fast mit einem LV gestealt. Ist das Heavy Tanks? Ja. Äh. Oh! Ich bin schon gone. Tut mir leid. Oh, ich wurde noch geredet. Ja, what the fuck, ey! Hey! Hey! Die Shotgun Slug! Heilen. Dann wär ich glaube lauter geworden. Ich hab nur ne Shotgun irgendwie gesehen deshalb. Du bist hier der Shotgun Slug König. Was ist das bitte für ein Spawn bei dir? Was machst du da? Ja, ich bin einfach unser Spotlight gespawnt. Was macht der da? Weiß es nicht. Oh cool. Ich glaube, er weiß es selbst nicht. Ich... Ja. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich bin bei dir. Ach fuck off, ey. Wo kommen die ersten Leute schon wieder her? Warum... Warum... Warum müssen die noch zum Ende der Runde pushen? Können sich die einfach auch nicht baserapen lassen. Wunderbar, ja. Ernst. Das ist jetzt hier und hier in 3-2. Er ist schwer angesichtet. Ich schau' das gleich mal. Ich habe den Out-Move�� бой. Und ich habe den Bayern ganz konkret. Der 3-0 hat den Out-Move in dem Typ. Ich habe den Bayern ganz kaputt. Ich habe den Out-Move-Documental. ich bin jetzt zu viel Kästchen get on my fucking level Frederic I can't hm, hier bist du mit Nextus levelus boahs Nein, die 88 nicht mehr geschafft Ich hab noch die 7er Karte geschafft Sick Frederic 7000 Punkte mehr als du, was geht ab? Wenn man so desperated ist, dass man einfach Monte Grappa wählt Ich hab Beugung gewählt Oh nein Ich hab heute echt nichts gegen Ich weiß nicht Ihr könnt die Map hier alle nicht ab, aber Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's